Herzlich willkommen zurück zum zehnten Part von Assassin's Creed 4. Wir sind hier in diesem wunderschönen Eiland und müssen heute mit dem, wie war's, dem örtlichen Beamten, dem örtlichen Beamten müssen wir jetzt reden und mal sehen, was wir bei ihm heute erledigen müssen. Auf geht's! Es ist eine gute Stadt, in der Männer und Frauen so leben, wie Gott sie schult. Einfach und frei. Dazu braucht man nur ein paar Tropfen Blut, Schweiß und ein paar Fetzenstab. Wir tragen keine Farben, wir preisen deren Fee. Und so steht diese schwarze Flagge für nichts als unsere Liebe zur Freiheit der Menschen. Die ist für dich. Sei stolz darauf. Danke. Gib mir den Zettel, den ich dir gab. Wollen wir unsere Republik behalten? Brauchen wir Gold sowie Kanonen? Du meinst die Navy angreifen? Solange es König Philips Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern. Uiuiuiuiui. Die Navy angreifen. Ich ahne Böses. Du hast gesagt, dass die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegchen. Weit. Leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas unheimlich. Ein paar kleine Fische, um die großen zu kökern. Genau. Na dann, auf. Ach, ist das schön. Die Seemänner singen wieder. Wir haben sie abgeschüttet, Sir. Ja, weiß ich doch. Also, irgendwie wiederholen sie sich. Die haben ja natürlich auch immer 65, damit man auch ja nicht die Ladung schafft beim ersten Mal. Ei. Genau. Boots. Na los. Kabumm. Eindrehen. Feuer. Feuer. Ein gut platzierter Schub. Feuer. Ihre Fahrstelle ist ungeschältst. Feuer. Feuer. Was ist denn los? Feuer. Wenn sie uns rammen wollen, finden ihnen eine gute Antwort. Wollen sie aber nicht. Wir segeln. Geben wir segeln. Oh. Feuer. Die Schwachstelle. Gut. Oh, ey. Jetzt ist aber Schluss. Wo willst du hin? Wir werden es verarschen. Feuer. Feuer. Die Traf- und Traf- und Traf- und Traf-Segel. Haltet euch fest. Arrr. Kabutz. Ach, daneben. Der will doch nicht schießen. Peng. Weg war er. Ah, ich hab mal Lust, ein bisschen zu schnetzeln. Lust. Nein. Nein. Edward. Reiß dich zusammen. Nee, das ist wieder der fette Käpt'n, der irgendwie alles abkann. Ach, hört darauf, wie viele Leute da noch kommen. Nein. Nein. Ey. Hallo. Kann mir nicht ein. Wie viele Leute denn noch kommen? voll ins Knie. Ja. Ein Schuss ins Knie zum Sammeln. Junge, 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 was war denn da los? Ja, los. Weiter, weiter geht's. Wir brauchen noch fünf Metall. Lausige fünfmal. So, mit Doppel-O. Da ist doch schon das nächste Ding. Was haben wir denn da? Holz, Metall, 35. Dann nehmen wir Didida. Didida, Didida. Eindrehen. Ei will ich hören. Nicht? Heute markieren Ei? Schauen wir doch nochmal, oder? Kommt niemand auf uns zu. Da ist diese Schwachstelle. Feuer. Eindrehen. Feuer. Edward, schneller. Feuer. 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 Oh, sie rammt uns. Feuer. Ah. Edward, reihe in den Scheiß. Feuer. Da ist die Schwachstelle. Feuer. Wo ist hinterher? Er will flüchten. Er will flüchten. Nicht mit mir. Feuer. Heitliche Verstärkung, Käpten. Erwarten wir Fehler. Segel, Rass und der Höhe. Und Rums. Ei holen. Ei holen. Wo willst du hin? Kracken. Eine Seite genau da rein. Feuer. Erreißen Feuer. Feuer. Nicht da hin, Sir. Warten und Tremmen. So, jetzt enter'n das Scheiß-Ding hier. Lassen wir sie einschmecken. Na gut, schnitzen wir sie mal nieder. Oh, voll ins Face. Krawutz. Los, ran da die Haken. Bis so das Schiff schießen. Macht der Overt her. Na los, dreh ein das Ding. Ich will noch was abschießen. Da steht er. Ja gut, Edward. Ich glaube, wir müssen unsere Klinge spüren lassen. Oh, jetzt hab ich meine eigene Leute angegriffen. Das ist natürlich auch schick. Mann. Ey, wenn du glaubst, ich treff hier mal. Ja, danke. Zack. Nein. Oh. Über Bord. Peng. Oh, nee. Was ist denn das? Das heißt der Totenkopf. Nein. Oh, da kam der fette Käpt'n mit seiner Axt und hat mich echt erwischt. Kann ja nicht wahr sein. Oh, die Dicksten sind immer die, die Dicksten, sag ich mal. Oh, jetzt darf ich echt. Oh, nee. Oh, nee. Leute, Leute, Leute. Wegen fünf. Ja, bitte erklärt mir nochmal, wie das Fernrohr funktioniert. Das hab ich nämlich noch nicht so wirklich verstanden. Oh. So. Ei, leichte Beute. Ja, ich würde ja gerne etwas Unheil anrichten, aber... Oh, da ist ja ohnehin's. Ja, Metall 65. Die nehmen wir. Papp, papp, papp. Woots. Natürlich nicht. Peng. Wo willst du denn hin? Mh. Mh. Mann, dreh doch mal ein, Edward. Kann doch nicht angehen. Du hier immer machst, Edward, ja? Eindrehen! So, jetzt sollt ihr... Jetzt sollt ihr erreichen jetzt hier, oder nicht? Hat immer noch nicht. Boah. Enter den Scheiß. Jetzt kommt mir hier nicht... Jetzt... Ich baller den Fetten einfach von Bord. Wo ist er? Kommt mir nicht nochmal eine Tüte hier. Zack, weg, war er. Da ist er, Fette. Ich seh ihn. Peng. Ah, ich kann überschießen. Boom. Ja, los. Oh, ja. Ja, ja, ja. Hä? Halt er drückt. Alter, was ist mit ihm nicht richtig? Ich bin schön in die Klöten gelatscht, ja? Oh, je, doch. Kann man nicht angehen, ja. Leute, 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 das ist schwerer, als es aussieht. Gibt's eigentlich Schwierigkeiten gerade bei Assassin's Creed? Nicht, dass ich wüsste. Danke. So, wo ist die Navy? Wo ist die Navy? Die Navy soll ja kommen. Na, Navy? Nö, 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 Navy. Anonymität erkaufen? Ah, ja. Ein hübsches Wünnchen an den richtigen Beamten und die Marine lässt dich in Frieden. Gut, dann tun wir das doch. Ich muss diese guten Samariter ja irgendwann kennen. Gut mitgetan. Bob, 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 Bob. Ich fände immer besser beim Einparken. Das funktioniert, Leute. Das geht. Bob, 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 Bob. Kopsprung. Edward, Edward, Edward. Ein bisschen mehr Style an Tag, bitte. Ja, danke. Mein Bekanntheitsgrad wurde zurückgesetzt. Na gut, na gut. Ein... Hoch da, Edward. Ach, wir können ja hier aufs Schiff wieder. Ach, Kanonen müssen wir jetzt gucken. Ist doch hier bei dem Typen, oder? Ja, los. Oh, Leute. Ey, geh auf diesen Stamm. Ja, danke. Nein. Schön. Wunderbar. Nein. Ja gut. Dann machen wir's so. Ich hoffe, ich muss auch zum Schiff zurück. Hallo? Da runter, oder was? Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Leute, Leute. Oh, was ist denn das? Ein neuer Anzug. Habt ihr nischt, oder? Ach, ich kann hier in meinem eigenen Schiff Sachen kaufen. Warum sollte ich in meinem eigenen Schiff Sachen kaufen? Das erklärt mir mal. Warum sollte ich das? Das ist doch meins, wenn's hier liegt. Da ist mein Upgrade. Nehme ich mal an. Was sollte ich jetzt kaufen? Breitseiten-Kanone. Genau. Das sollte ich doch kaufen, oder? Was ist denn das? Was ist denn die Hauptgeschichte weiter vorhanden, um diese Abgriffe zu scheinen? Was soll das sein? Metall? Oh, da muss ich ja zig Schiffe kapern, um das zu kriegen. Nö, 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 nö. Oh, ist denn ich schee, Dejector. Oh, mit neuen Breitseiten-Kanonen. Oh, guckt euch die Endrohre an. Oh, du bist ein Künstler, Canway. Du hast Talent für solche Arbeit. Wenn Spaß macht, ist es keine Arbeit. Ha, ha, Bumbu. Aber ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Du träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest, ohne Probleme. Ah, welch hehre Ziele ihr doch habt. Und ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kit zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Unprofitabel, wenn wir Erfolg haben. Aye. Eine gute Idee. Warum Jagdschiffblinder, da wäre es doch gar kein Metall gegeben, oder? Ey, Mann, 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 Mann. Aye, Adewale. Adewale. So, was jetzt? Wie, wieder kein Auftrag, nichts, gar nichts? Was sagt das Ausrufezeichen hier? Ausrufezeichen. Was ist da? Na, dann hin da. Oder kann ich da einfach nicht schnell reisen? Chanel? Chanel reisen? Anscheinend nicht. Na, dann los. Wir reiten so einiges. Edward C. Oh, da hinten brennt noch ein Schiff. Ach, wir genießen einfach mal die weite See. Singen die Charlie Brown? Hört mal hin. Habt ihr das gehört? Charlie Brown. Die haben Charlie Brown gesagt. Ich bin mir da sehr sicher. Oh, jetzt werde ich fast gegen den Felsen hier gescheppert. Dann wäre alles kaputt. So, da sind wir. Dann werde ich mal an der Insel hier mal halten. Und mal den tollen Turm hier erklimmen. Oh Gott. Eieieiei, das war nicht gut. Das war nicht gut. Käpt'n in der Salzlake. Käpt'n in der Salzlake. Hört sich nach einem guten Gericht an. Ja, schönen guten Tag. Ich hätte gerne eine Fanta und einen Käpt'n in der Salzlake. Hallo. Andreas Island. Näh. Mensch. dass Andreas so einflussreich ist. Und hier sogar eine Insel hat. So. Gleich kommt er an. Andreas hier auf dem Turm und ruft. Halt, stopp! Du kommst hier nicht hoch. Das ist viel zu gefährlich. Mal gucken, wo wir hinspringen können. Ins Wasser. Ins Wasser. Anscheinend. Na los. Ich hoffe, es ist tief genug. Natürlich. Nehmen wir die Schatztruhe noch mit. Jo. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Schatzkiste. Ach, die Schwerter bräugt dafür nicht. Einmal gegenlatschen. Einmal gegentreten. Fallen alle Schlösser ab. Wie von Zauberhand. Ich vermute, dass hier oben auf dem Stein ein Fragment sein könnte. Ey, Edward. Manchmal stellst du dich aber auch an, ja? Was ist denn da hinten los? Die beschützen doch da nicht etwas. Oh, nein. Schnell weg. Ich hab nichts gesagt. Nein, der war daneben. Sperrgebiet. Da pfeife ich drauf. Direkt auf die Kiste. So muss es sein. So, danke, danke, danke. Ach, Mann, Mann, Mann. Äh. Falsche Seite. Ja. Andreas Island. Eins von drei Geheimnisse. Hm. Nein, ich hab mich jetzt nicht beruhigt. Wir suchen jetzt noch zwei Kisten. Oh, was ist das denn? Oh, wunderbar. Oh, was ist denn das? Eine goldene Truhe? Oder braucht man hier was Bestimmtes für? Oh, 3500 Real. Eieieieieieieieieieieieieiei. Na, den holen wir uns doch da auch noch. Der lächelt uns gerade so schön an. Zack. Zwei von zwei Animus-Fragmenten. So, Leute. Was wir hier Schönes machen, werden wir sehen. Und zwar im elften Part von Assassin's Creed. Und bis dahin, wie immer, Ciao! Und bis dahin.